Ich heiße Anna-Maria Damm und ich bin YouTuberin. Also Teamgeist ist für mich zusammenhalten durch dick und dünn gehen. Vertrauen in Zusammenarbeit mit der Bank ist enorm wichtig. Am meisten motiviert mich die Kinder aufwachsen zu sehen, mitzuerleben, wie sie sich von Tag zu Tag weiterentwickeln. Regionalität ist inzwischen natürlich auch ganz wichtig. Wir wollen, dass unsere Kunden mit uns zusammen in der Region ihr Zuhause finden. Daran arbeiten wir jeden Tag.